Was ist das, was du mit dem ersten Versuch gemacht hast? Nachdem ich im letzten Jahr so einen Flyer verteilt habe und wir ja den ersten Versuch gemacht haben, hier mit denen die wollen, die alten Fastenregeln etwas zu beleben, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, dann doch noch etwas dazu zu sagen, weil wir letztes Jahr natürlich zu spät angefangen haben, nämlich am Aschermittwoch, da ist ja schon die halbe Miete vorbei. Deshalb habe ich gedacht, ich sage nochmal was Grundsätzliches zum Fasten. Der Altvater Pambo fragte den Altvater Antonius, was soll ich tun? Der Altvater entgegnete, baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und lass dich nicht ein Ding geräuen, das vorbei ist. Über Enthaltsamkeit von der Zunge und vom Bauch. Also das ist sozusagen einer der Urimpulse in diesem ganz kurzen Wort von dem großen Antonius, der, wenn man so will, geistliches Leben nochmal umschreibt. Nicht auf die eigene Gerechtigkeit zu bauen, also sich nicht vor Gott groß zu machen, ich komme da gleich nochmal drauf. Das ist das Missverständnis des Protestantismus, diesen äußeren Formen gegenüber, als ging es darum, sich vor Gott irgendwie da etwas zu erkaufen oder irgendwas zu erwerben. Nein, baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und dann sehr wichtig, lass dich nicht ein Ding geräuen, das vorbei ist. Also sich nicht ewig mit den Dingen aufzuhalten, die rum sind. Wir können die nicht ändern. Und da war aber das und dann habe ich das und sowas. Das hält so viele Menschen vom geistlichen Leben ab. Unglaublich. Und Enthaltsamkeit von der Zunge und vom Bauch. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht Jesus-Worte zum Fasten, als wäre das eine spätere Erfindung. Manches wird ja bei uns in den Lebensformen der Kirche, wenn man die Gesamttradition anschaut, so dargestellt, also siehe zum Beispiel Zolibat, obwohl das ja auch überhaupt nicht stimmt, ja, Jesus hat selber Zolibatär gelebt, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen, im Zeugnis des Neuen Testamentes, als wäre das so eine späte Erfindung des Mittelalters und die Kirche hat das dann gemacht, um die Leute zu drangsalieren oder irgendwas besser zu kontrollieren. Wir sind vollkommen geprägt inzwischen. Unser Selbstbewusstsein als Kirche ist davon geprägt und wir laufen mit einem elendschlechten Gewissen herum. Deshalb lehnen wir äußere Formen de facto alle ab. Also in unserem Land gibt es de facto kein Fasten mehr. Das ist regional unterschiedlich. Also wenn wir nach Polen gehen, wenn wir nach England gehen, gibt es andere Fastenregeln. Aber hier in den, auch in den angrenzenden Ländern, ist im Grunde genommen das Fasten abgeschafft. Und es gilt das, was Alexander Schmemann, das war letztes Jahr schon zitiert in seinem übrigens immer noch empfehlenswerten Büchlein über das große Fasten geschrieben hat, dass die Katholiken Ende der 60er, Anfang der 70er versucht haben, sich der Moderne anzugleichen, um nicht aufzufallen, um gesprächsfähig zu werden, um dialogfähig zu sein. Das ist ja ein guter Impuls, aber das Ergebnis ist ja, und das hat Schmemann damals schon geschrieben, und wir können es heute als Ergebnis feststellen, dass wir gar nicht mehr unterscheidbar sind. Sondern man hat das Fasten gelockert bis dahin, dass es bei uns de facto abgeschafft ist. Also wenn wir von Fastenzeit reden und sprechen davon, dass wir am Aschermittwoch und am Karfreitag kein Fleisch essen sollen, das ist ja eine Lachnummer. Das ist ja, also das ist ja so lächerlich, das kann man ja überhaupt gar nicht mehr erklären. Also wir haben keine Fastenregeln mehr. Und es geht immer so. Aktuelles Beispiel, ich fahre hierher zur Vespa eben und höre im Südwestrundfunk 2 eine Diskussion über das Problem der Einsamkeit. Viele Menschen sind einsam, leiden darunter, haben Depressionen und so weiter. Und einer sagt in der Runde, nein, das hängt damit zusammen, dass wir in einer total individualisierten, zersplitterten Gesellschaft leben, wo es überhaupt keinen sozialen Zusammenhalt mehr gibt. Deshalb werden die Leute schon früh, nicht nur wenn sie alt sind, einsam. Weil das Ich ist so wichtig, kümmere dich um dich selbst, sorge um dich selbst, was tut dir gut, all diese Botschaften, setz dich gegen den anderen durch, du musst an dich denken. Alle diese Botschaften, mit denen wir Tag und Nacht bombardiert werden. Die Kehrseite, über die spricht niemand, das ist die Einsamkeit. Wenn die Kirche versucht, sich anzupassen an die Moderne, ist sie erstens immer zu spät. Also was wir jetzt schon als Krankheitsphänomen, als Manifest des Krankheitsphänomen sehen, also die Psychologen sprechen da wirklich von einem manifesten Krankheit in unserer Gesellschaft, als Kehrseite dieser Individualität Einsamkeit. Und wir fassen bei der Synode den Beschluss vom Einzelnen herdenken. Wir holen das nach, was vor 30 Jahren in die Tat umgesetzt wurde, und wir sind jetzt ganz am Drücker, statt die Probleme in den Sinn. Die Kirche ist immer, und das gilt auch für das Fasten, ein Spannungsfeld vom Einzelnen hin zur Gemeinschaft. Der Einzelne oder die Einzelne Getaufte gehört zum Leib Christi. Und dieses, das Eine und das Viele, ein altes philosophisches Problem, über das die griechischen Philosophen schon viel nachgedacht haben, der Einzelne und das Gesamt, was sich auch in manchen politischen Theorien niederschlägt, das ist am besten aufgelöst und aufgehoben in der lebendigen Spannung der Kirche. Das braucht man nicht mehr dazu zu sagen. Da müsste man nur eine vernünftige Ekklesiologie, also eine vernünftige Kirchenlehrer haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein Schub, der über den Protestantismus kommt. Dass das Bewusstsein, natürlich sind wir da als Katholiken, wir haben das mit befördert, das muss man nicht in Abrede stellen, aber das ist so der Einzelne. Deshalb zerfällt der Protestantismus in diese vielen Einzelgruppen. Es gibt ja nicht mehr den großen, gab es vielleicht noch nie, den großen Protestantismus. Und das gilt auch für unser Thema Fasten, Werkgerechtigkeit. Da macht der Mensch selber was und will sich irgendwas erarbeiten vor Gott und das geht aber eigentlich nicht. Antonius sagt, baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und lass dich nicht ein, die ein Geräuen, das vorbei ist. Das ist eine klare, das ist die klare alte Tradition, die wir natürlich im Westen auch oft vergessen haben. Also dass es da Entartungen gab, das sei gar nicht in Abrede gestellt, aber inzwischen wissen wir das und ich warte immer noch darauf, dass der Protestantismus seinerseits seine Fehlhaltung und Fehlinterpretation korrigiert. Ich warte eigentlich immer noch auf der Entschuldigung des Protestantismus beim Mönchtum. Man kann das ja nicht über die Taizé-Ecke dann sagen, da haben wir ja auch so ein bisschen was oder den Schwanberg und so, da gibt es ja auch so hochkirchliche Bewegungen, die sind irgendwie monastisierend oder auch monastisch lebend und damit haben wir das ja auch ein bisschen. Dieser theologische Irrtum ist bisher nicht korrigiert. Also man müsste sich ja bei den vielen Menschen entschuldigen, die seit 2000 Jahren diesen Impuls gelebt haben, statt zu sagen, das waren alles so, muss man nicht ernst nehmen. Das ist ganz merkwürdig, das klagt aber in der sogenannten Ökumene niemand ein. Ich habe diesen kleinen Ausritt gemacht, um deutlich zu machen, dass das Fasten nicht irgendein Einzelfänomen ist, sondern dass etwas zum christlichen Leben dazugehört. Wenn Johannes Chrysostomus sagt, der Mensch, der fastet, versetzt sich in den Ursprungszustand des Adam vor dem Sündenfall, dann ist das sozusagen der Schlüssel für die alten Fastenregeln. Denn es geht da nicht um, das wird uns ja dann oft unterstellt, oder uns, die wir nicht fasten, eher der orthodoxen Christenheit, ja, aber die vielen Speisevorschriften und so, das ist doch alles jüdisch, da haben wir keinen Vertrag mit, da haben wir nichts mit zu tun. Wenn wir die alten Regeln, was wir nicht essen in diesen Wochen anschauen, dann sehen wir natürlich, dass das wirklich der ursprüngliche Paradieszustand ist. Und wir können es ja heute ganz aktuell sehen, dazu muss man weder grün wählen, noch irgendwie ökologisch sein, oder bei Attack oder sich sonst wie engagieren, dass auch die Weltwirtschaft zusammenbricht, weil die Menschheit so viel Fleisch frisst, kann man nicht anders sagen, was vorher nie der Fall war. Die Entwicklungen sehen wir auch, die Gesellschaften, die enorm Fleisch verzehren, die Mädchen kommen spätestens mit acht, achteinhalb, neun in die Pubertät, und die Jungen auch immer früher. Also wie sich das verschiebt, welche Auswirkungen das hat. Früh Sexualisierung der Gesellschaft und von bestimmten pädagogischen Hirngespinsten kann man ja gar nicht lang genug warten, dass man schon im Kindergarten alle Sexualpraktiken beibringt, das ist im Moment das Neueste. Das hängt auch mit der Ernährung zusammen. Die alte Weisheit, die uns natürlich heute vielfach auch im Markt begegnet, ich habe jetzt gar nichts von Anselm Krü mitgebracht, das habe ich auch nicht, aber es gibt auch von unverdächtigen oder unverdächtigeren Autoren, wenn ich zum Beispiel hier das Fasten der Mönche sehe, von Seewald herausgegeben und Merda Müller, die Botschaften, die hier drinstehen, da unterschreibe ich keine von. Da sind natürlich viele Weisheiten der Väter hier, der Wüstenväter oder großen Väter herausgenommen, aber sie sind alle gemünzt auf unseren Individualismus. Achte darauf, was dir gut tut. Natürlich sind die Väter solche, die immer sagen, nicht jeder kann zum Beispiel gleich fasten. Das ist nicht jedem gegeben. Der eine hat so eine Konstitution, der andere so eine Konstitution. Das hat sich in der Ostkirche zumindest bewahrt, dass man nicht fasten darf, streng fasten darf, ohne mit seinem geistlichen Vater gesprochen zu haben, der das erlauben muss. Das ist ja schrecklich, so eine Bevormundung, ich lasse mir doch nicht von irgendeinem Pastor da sagen, was ich zu tun habe. Ja, das ist ein tiefer Weisheit. Manche überfordern sich damit und sagen, du gehst weit über deine Kräfte hinaus. Also so eine klassische Geschichte von dem, die nochmal eine andere Kurve auch hat, ist dieses Wort, das ich auch schon mal zitiert habe. Jemand sagte zum Altvater Arsenios, meine Gedanken quälen mich, indem sie mir sagen, du kannst nicht fasten, du kannst auch nicht arbeiten, so besuch wenigstens die Kranken, denn das auch ist Liebe. Der Kreis aber, der Arsenios, der den Samen der Dämonen erkannte, sagte zu ihm, geh und iss, schlaf und trink, arbeite nicht, nur verlass nie deine Zelle. Er wusste nämlich, dass das Ausharren in der Zelle den Mönch in seine rechte Ordnung bringt. Also diese, ich kann das nicht, also mache ich was anderes, aber ich bin dann unterwegs, das kann man so oft in geschlossenen Systemen wie Klöstern erleben, da kommt man auf die Idee und dann hat man das, aber das ist doch auch schön, also zu sagen, bleib du beim Wäsche aufhängen, sonst nichts. Du kannst sonst, mach nur das, aber das machst du. Alles andere ist vom Bösen. Und das gilt eben auch für das Fasten, wenn Evacius Ponticus zum Beispiel sagt, der eine muss das Schwergewicht darauf legen, darauf legen, okay, daraus machen wir, und deshalb ist das fast gefährlich, wenn ich das hier zitiere, man muss das Gesamtbild sehen, daraus machen wir, naja, soll halt wieder jeder nach seiner Fassung selig werden. Wir brauchen keine Regeln. Das Schlimme ist, und das ist ein grundsätzliches Problem, die Ausnahme ist nicht die Regel. Das ist unser Problem, das wir im Moment gesamtkirchlich haben, auch in Frage, also da mache ich jetzt keinen Ausritt zu, in Frage der Wiederverheirateten, die geschieden sind. Was, wie das mit der Kommunionszulassung ist. Die Ausnahme ist nicht die Regel. Die Ausnahme bestätigt die Regel, die bestehende. Ich kann also nicht den Ausnahmefall jetzt zur allgemeingültigen Regel erheben, damit zerstöre ich alles. Und wir sehen das vielleicht im kleineren und vielleicht weniger gewichtigen, das weiß ich aber gar nicht, ob das so weniger gewichtig ist, im Fasten. Jeder soll das für sich selber bestimmen. Also dann haben wir die Vorschläge hier vom Bistum seit vielen Jahren Autofasten, das kommen wir immer schon, das gähnt die 70er Jahre, als wir sozusagen die Ölkrise hatten und es gab den autofreien Sonntag. Diesen Charme hat das. 70er Jahre, Helmut-Schmidt-Regierung, das weiß gar kein Mensch mehr. Aber das ist immer, das ist aktuell, das Modern. Das kann man machen, ich habe nichts dagegen, ich will das noch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber das ist nicht christliches Fasten. Das kann ein Element sein, aber das hat mit dem christlichen Fasten rein gar nichts zu tun. Wir tun das für die Umwelt und für die Schöpfung, da kommt Laudato Si und alles ist irgendwie nett. Ich meine, das wären nicht Theologen, wenn sie das nicht begründen können. Wir finden für alles eine Begründung. Können alles schmackhaft machen. Aber mit christlichem Fasten hat das rein gar nichts zu tun. nichts. Nichts. Wir haben alle beschädigt. Wir haben durch diesen Sündenfall alle eine Schramme wegbekommen. Niemand kann sich davon freisprechen. Und so, diesen Realismus braucht es, um überhaupt christliches Leben zu verstehen. Wir verstehen ja gar nicht, warum es einen Heiland, warum es einen Erlöser braucht, wenn wir das nicht annehmen. Als Grundbeobachtung dieser Welt. Dass sie eine versehrte Welt ist, eine beschädigte Welt. Und was wir in der Fastenzeit versuchen oder was wir an Ostern feiern, um damit zu beginnen, es geht ja, die Fastenzeit hat ja ein Ziel, es ist ja kein Selbstweg, ist der Versuch, in diesen Wochen den äußeren Menschen dazu einzuüben, dass sich der innere Mensch erneuern kann. Wenn wir das jetzt in Kürze wieder singen, morgens, dies venit, dies tu ein, quare floret omnia. Im Deutschen ist das ein bisschen verflachend übersetzt. Es kommt der Tag, der Tag ist nah, da bricht alles wieder neu aus. Und in dem Auferstandenen sehen wir den neuen Menschen, der nicht von der Sünde versehrt ist. Der zwar alles an sich ertragen hat, weil er die Wundmale hat, was Sünde in dieser Welt anrichtet, aber er ist in ein neues Leben gerettet. Und das ist unser Weg. Und dem allein dient das Fasten. Und deshalb haben wir sozusagen paradiesische Zustände im Fasten. Der Sinn des Fastens ist auch nicht, wie wir das im Westen dann machen. Wir hauen dann nochmal richtig auf die Sahne und fressen nochmal richtig alles in uns rein und dann machen wir einen Schnitt und dann sagen wir, ja, der Sonntag geht ja eh nicht dazu, da brauchen wir nicht, da wird eh. Und fangen jede Woche irgendwie nochmal neu an. Und dann Ostern wird aber dann richtig, dann geht es aber auch richtig zur Sache. Also, es tut mir leid, wenn ich diese Zähne ziehen muss. Man muss den Vater Schnippschmähmann einmal lesen. Der sagt, eigentlich wäre es richtig und damit sind wir dann beim Mönchtum. Das ganze Leben, der heilige Bendigt schreibt das noch in seiner Regel, der hat das auch nicht erfunden. Der nimmt das von den ursprünglichen Quellen, die wir im Westen vergessen haben. Klammer auf, das ist übrigens ein Grund für die Krise des Mönchtums, die wir im Moment haben. Weil das westliche Mönchtum meint, es kann einen Schnitt machen und fängt mit dem heiligen Bendigt irgendwie an und der wird dann so lange weichgespült, bis nichts mehr übrig bleibt. Das, was alles hinter Bendigt steht, hier die Wüstenväter, die anderen Väter, Bendigt sucht sozusagen, macht nur so eine Blütenlese des gesamten Mönchtums, weist selber auf die Quellen hin, weil wir die vergessen haben, auch die vielfältigen Formen des Mönchtums im Westen vergessen haben, weil wir immer gleich alles über die Ordenskongregation in unser Kaufladensystem, es muss alles in so eine kleine Schublade rein, wie früher die Mädchen bekamen, das darf man heute gar nicht mehr sagen, er bekam früher so einen Kaufladen geschenkt zu Weihnachten und da kam alles in so ein kleines Döschen und einen kleinen Schieber und so, so sortieren wir alles ein. Das ist nicht das lebendige Mönchtum der Kirche, das eine zweitausendjährige Tradition hat. Und wir sehen das ja, wir sind ja Zeugen dieses riesen Klostersterbens, weil es kaum noch Mönche gibt. Was die Väter sagen, was das Fasten angeht, diese Grunderneuerung des Menschseins hin, das sollte eigentlich das ganze Leben dauern. Eigentlich beginnt der Heilige Benedikt sein Kapitel über die Fastenzeit, sollte das ganze Leben des Mönchs eine einzige Quartalgesima sein. Aber, sagt er dann, weil wir ja unsere Pappenheimer kennen, aber besonders in dieser Zeit, die wollen wir nutzen, damit wirklich dieses ganze Erneuerungsprogramm greift. Daher kommt die ganzen, auch manchmal die Hochleistungen der Askese, etwa der Wüstenväter oder so etwas, die sich dann auf ein Nahrungsmittel beschränken. Und wir haben das manchmal auch noch bis in unsere Zeit, wenn wir sagen, ich glaube, das ist auch bei Therese von Connorsreuther Fall, die nur von der Kommunion gelebt hat. Mancher Heilige, von denen das gesagt wird. Wie ist das möglich? Das ist im Grunde genommen das alte Einklinken, ob reflektiert oder nicht, in diese alte Spur. So. Was heißt das jetzt konkret? Konkret heißt es, dass die östliche Christenheit einen anderen Weg geht als die westliche. Also meines Wissens gibt es im östlichen Christentum direkt so etwas wie Karneval nicht. Da muss man natürlich hier auch im Westen nochmal gucken, wo das dann wirklich irgendwie herkommt. Das hat natürlich auch christliche Wurzeln, das ist nicht zu bestreiten. Aber ob das zum Beispiel der rheinische Karneval, ob das nicht eher doch bis heute noch eine antipreußische Veranstaltung ist, als dass es irgendwie christlich motiviert ist. Also, das müssen wir jetzt auch nicht entscheiden. Aber bis zum letzten Tag sozusagen voll, das volle Programm und dann ab Aschermittwoch kommt der große Bruch, was auch manchmal in unseren Klöstern heißt, es gibt Pellkartoffeln mit Hering. Ja, ich meine, das ist in den östlichen Klöstern, wird es ein Fest essen, das noch nicht mal in den Hochwesten unbedingt erlaubt ist. Da merken wir, wie das ganz merkwürdig geworden ist. Und wir haben bei der letzten Liturgiereform natürlich auch das, was wir früher Vorfastenzeit nannten, haben wir abgeschafft. Das ist entsorgt. Die Intention war, die ursprüngliche alte Fastenzeit in der ganzen Schönheit wieder auferstehen zu lassen, mit dem Ergebnis, dass es eine fast unterschiedslose Zeit heute ist. Die alte Weisheit, die hinter der Vorfastenzeit stand, zumindest muss man das mal beleuchten, ich spreche mich jetzt gar nicht dafür aus, das dreht ja eh kein Mensch mehr zurück. Also das wird niemand mehr von uns erleben, dass das wiederkommt. Aber die alte Weisheit, die dahinter stand, man kann nicht von heute auf morgen mit sowas anfangen. Es braucht einen Vorlauf. Und das hat die östliche Christenheit das bewahrt, indem zum Beispiel jetzt am kommenden Sonntag, nach unserer Rechnung, ja in Ostkirchen ist es natürlich anders, weil sie den julianischen Kalender verfolgen, die sind dann mit Ostern später, aber auf uns übertragen heißt das, an diesem Sonntag wird zum letzten Mal Fleisch gegessen vor Ostern. Das ist der Sonntag des Fleischverzichtes. Das heißt, da ist auch schon Gelegenheit, auch zu Hause, wie organisiert man eine Küche für so eine Fastenzeit? Wir haben dafür überhaupt keine Tradition mehr. Wir haben hier noch was stehen, gerade wenn wir auch in neuen Single-Haushalten unterwegs sind, da haben wir da was eingefroren und hier noch was und das muss irgendwie alles weg. Also jetzt am kommenden Sonntag ist Sonntag das Fleischverzicht, gibt es zum letzten Mal Fleisch. Ende. Und Fleisch heißt natürlich alles, was mit Wurst zu tun hat, mit Fleisch zu tun hat und inklusive Eier. Ende. Bis Ostern. Man versteht natürlich jetzt überhaupt erst die Ostereier. Wenn ich die ganze... Also, wenn man sich einen lateinischen Haushalt vorstellt, der versucht, die Fastenzeit zu halten, so in den vergangenen Jahren und dann denkt man, man lebt wirklich einfach. Also man hat da Brot, Quark, sowas, ganz einfache Mahlzeit, habe ich im Kloster so gelernt. Also geht ja fast nicht schlichter. Oder Pellkartoffeln mit Quark oder sowas und vielleicht ab und zu mal ein Ei. Ja, okay. Jo. Wenn ein orthodoxer Christ das Haus betritt, der sagt, was ist das denn für ein Fasten hier? Das ist die reinste Schlemmerei, die hier stattfindet. Aber wir haben dafür keine Küche. Vielfach. Das ist unser Problem. Aber die ist heute in Zeiten von Internet nun überhaupt kein Problem. Wirklich kein Problem. Auch wenn man nicht russisch kann. Selbst wenn man den Text nicht verfolgt, wenn eine Mamutschka die wunderbaren Fastensachen herstellt, ja, aus den Sachen, die erlaubt sind, kann man das nachkochen, ohne, dass man was versteht. Das sieht man, was man da tun muss. Fleischverzicht. Der Sonntag drauf ist Butterverzicht. Der Buttersonntag. Das Ende mit tierischen Fetten und mit Öl. So, was übrig bleibt, sind die gesunden Sachen wie Gemüse, Nüsse, Kartoffel, Brot. Da kann man eine Menge mit machen. Samstag und Sonntag ist Öl und Wein erlaubt. Da kann man natürlich noch mehr mit machen. Großartig. An Hochfesten, wie verkündigt es Herrn, Josef feiert die Ostkirche in dieser Weise nicht, ist bei uns aber auch ein Hochfest. Da ist im Grunde genommen ebenso wie, ich glaube, bei Palmsonntag und Gründonnerstag ist Fisch erlaubt. Gründonnerstag nicht, ne? Ja, Palmsonntag ist es erlaubt. Das Schöne bei der Ostkirche und das ist unsere Hängepartie, die wir haben, wenn wir versuchen, diese alten Regeln wieder zu leben, dass natürlich im ganzen Ablauf auch der Lesungen in den, welches, welches, ich glaube, ist er beim Herzigen Samariter beim Fleischverzicht? Ne, der Zöllner ist. Der Sonntag des Zöllners ist das. Ja, genau. Da ist, dass natürlich das alles kombiniert ist, dass die Texte dann wirklich zu dem Schritt passen, den man macht. Viele der Lesungen kommen bei uns auch im Laufe der Fastenzeit vor, aber sie sind natürlich anders akzentuiert, weil man sie ganz auf die Tauvorbereitung ausgelegt hat und jetzt nochmal neu geordnet hat. Das ist oft ein Problem und natürlich das Problem, dass wir als Lateiner ja eisern daran festhalten, jeden Tag die Messe zu feiern. Die ostkirchliche Christenheit feiert dann in der Woche über die Liturgie der vorgeweihten Gaben und die große Liturgie nur an den Sonnentagen. Und das ist dann die Basilius-Liturgie, die etwas länger ist als die Größeres-Osmus-Liturgie, aber die Auferstehung selber, die jede Eucharistie ist, feiert man dann nur am Sonntag. Und das hat durchaus nochmal etwas, sodass es auch da quasi ein eucharistisches Fasten gibt. Also, man kann sich ja schwer in der Ostkirche eine ganz schlichte Messe in der, wenn man das jetzt mal ein bisschen zuspitzt, eine ganz schlichte Messe irgendwann in der Passionszeit oder so etwas vorstellen. weil das ist für uns natürlich die schwere Spannung, die man manchmal so als Zelebrant hat. Okay, ich kann das ganz schlicht machen. Wir machen das ja hier auch mit bestimmten Dingen oder besonderen Akzenten, aber es ist immer, es ist die gleiche Eucharistie, die wir sonntags feiern, es ist immer die gleiche Eucharistie. Es gibt das, wenn wir so frei nach, so frei Schnauze reden, Werk das Mess und das Hochamt. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Das ist überhaupt kein Unterschied, das ist dasselbe. Das ist das gleiche Sakrament, das wir feiern. Und das hat bei uns auch eine merkwürdige Entwicklung genommen, aber das hinkt. Nur, alle diese Dinge verstärken nochmal diesen Aspekt, wirklich durch diese Rundumerneuerung zu gehen. Das Äußere hilft dem inneren Menschen. Beides korrespondiert miteinander. Und wir sagen oft, naja, das Äußere ist nicht so wichtig, also das ist eine uralte Geschichte, die in allen Zusammenhängen, ob wir über Liturgie reden, über die Schrift, egal über was, das taucht immer wieder auf. Im geistlichen Leben taucht das immer wieder auf. Sind äußere Dinge wichtig oder es sind nicht die inneren Dinge wichtig? Wir würden das klar beantworten zu sagen, ja, aber es kommt wichtig auf das Innere an. Das ist nicht falsch. Aber der innere Mensch braucht immer die äußere Einübung. Ohne Disziplin, ohne äußere Disziplin gibt es kein geistliches Leben. Das ist ganz klar. Es gibt kein, da kann man noch so charismatisch sein, sonst irgendwie, sonst rechts rum, links rum bewegt, sonst irgendwie, ohne eine Form von Disziplin ist geistliches Leben schlicht unmöglich. Punkt. Es gibt keine christliche Quelle, die ernst zu nehmen wäre, aus der Tradition, die irgendetwas anderes behauptet ist. Deshalb unsere Ablehnung jeder Form, wir stehen ja in diesem, jetzt, wir ernten ja jetzt erst das, was im Grunde genommen vor 50 Jahren angefangen hat, das kommt jetzt erst eigentlich richtig, diese Welle kommt jetzt erst richtig gerade in der Kirche an. Und wir werden hierzulande, wenn das so weitergeht, darunter begraben. Das wird alles weggespült. Es gibt uns in 20 Jahren nicht mehr, wenn uns diese Welle mit voller Wucht trifft. dann sind wir nämlich so unterschiedslos, dass uns gar keiner mehr braucht. Weil wir die Formen missachten. Und es ist immer eine Korrespondenz zwischen außen und innen. Das Äußere kann natürlich begott werden. Das kann zum Selbstzweck werden. Dann ist es hohl. Darüber setzt sich Jesus im Evangelium oft genug auseinander. Auch mit seinen Leuten, die ihm dann gegnerisch auftreten. Und er sagt, naja, ihr achtet auf alles, dass die Schüsseln innen sauber sind, aber ihr würdet besser, dass was in den Schüsseln ist, den Armen geben. Da ist etwas zum Selbstzweck geworden, zur Erstarrung. Diese Gefahr hat Religion immer. Das ist etwas, sagen wir das ruhig, reiner Ritus ist. Das läuft. Das ist das, was Papst Wendig in seiner Freiburger Rede über den Jugendlichen gesagt hat oder in der Freiburger Rede auch gesagt hat. Nichts ist schlimmer für Religion als die Routiniers des Glaubens. Das klappt schon. Oder Zulinder nennt das klerikalen Atheismus. Der Laden läuft, das klappt wunderbar, die Gelder fließen, die Leute sind angestellt, wir machen was, wir sind organisiert. Das ist ein Riesending, die Kirche ist der zweitgrößte Arbeitgeber in diesem Land. Und hat das auch einen Inhalt? Kommt Gott irgendwie vor? Also wirklich vor? Wird er ernst genommen? Werden wir dadurch in Frage gestellt? Nein. Das läuft einfach. Unter der Überschrift Kirche sucht Kunden, weil der Betrieb muss ja weiterlaufen. Und der Rückzug nur in die Innerlichkeit, das ist oft genug, das sehen wir jetzt auch, aber in der Folge einer größeren Individualisierung, dass Menschen sich zurückziehen, weil sie dieses Ganze, weil sie auch manchmal angewidert sind von diesem Geschäftsmodell Kirche, aber sie ziehen sich nicht wegen mangelnder Plätze und Orte auch in eine Gemeinschaft der Kirche zurück, wo sie leben könnten, sondern in ihr eigenes. Und verkommen da. Und werden dann einsam. Und leiden darunter. Und sagen dann am Schluss, keiner versteht mich mehr. Niemand ist vor dieser Gefahr sicher. Also wenn man manchmal im Presbyterium unterwegs ist und dann richtig eine Zahl von Presbyterium vor sich hat, dann denkt man, oh wei, ist hier noch einer, mit dem ich mich verständigen kann? Also der so ungefähr so plus minus meine Wellenlänge hat? Das ist ein großes Fragezeichen. Und das geht nicht nur Priestern so, sondern es geht vielen so. Deshalb gilt die Einladung zu einem konsequenten Fasten. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, auf der Gottesdienstordnung von Februar, zumindest rechts am Rand, immer anzumerken, was wegfällt. Also das ist ja jetzt dann, ab Sonntag fällt das Fleisch weg und ab dem nächsten Sonntag dann die tierischen Fette und Öl. Und das wird so weitergehen bis Ostern. Wenn da steht dann rechts immer daneben, Öl und Wein erlaubt. Viel mehr kommt da nicht. Also und ich ermutige alle, das mal zu probieren. Es gibt wenig Zeugnisse, ich wüsste jetzt keines, aber da müsste man natürlich wahrscheinlich mehr russisch und mehr griechisch können, wie viele Leute jetzt dieser Fastenzeit zum Opfer gefallen sind. Also an Entzehrung gestorben sind. Da gibt es eigentlich nichts. Wir müssen nicht den Weg der Maria von Ägypten gehen, obwohl die eine große Patronin ist für die Fastenzeit, die man irgendwann in der Wüste gefunden hat und man dachte, das ist eine Ledertasche, aber es war dann die Heilige Maria von Ägypten. Die war einfach so zusammengegangen, die hat so viel Buße getan, dass man sie gar nicht mehr richtig erkannt hat. Aber das wird wenig berichtet in der östlichen Christenheit. Deshalb die Ermutigung, einfach noch einmal zu versuchen, diesen Wust, den wir im Kopf haben, von das geht nicht und das kann man ja gar nicht machen und ach, ich mache mir so meins zurecht. Das ja mal beiseite zu schieben, mutig. Zumindest mal darüber nachzudenken. Und dann kommen natürlich sofort die, die sagen, ja, aber wenn man ein bestimmtes Alter hat, dann brauchen wir nicht mehr fasten. Ich meine, das ist auch so witzig, wenn man sich mal die, wir haben eh schon kein Fasten mehr und dann gibt die Bischofskonferenz noch Altersgrenzen, ab wann wir nicht mehr fasten müssen. Das ist doch wirklich eine Befreiung, oder? Also ich glaube, man kann den wahren Weg der Befreiung gehen, indem man sich diesen alten Regeln anvertraut und ich werde dann auch dieses Blatt noch mal auflegen. Ansonsten kann ich dieses Buch vom Vater Alexander Schmähmann nur empfehlen, weil man damit noch mal nicht nur die äußeren Formen, sondern auch das innere Anliegen der Fastenzeit versteht und ich glaube, das gelingt hier in der östlichen Christenheit weitaus besser. Er ist nicht unkritisch der eigenen Sache gegenüber, weil er hat viele, viele kritische Anmerkungen dazu drin. Das gelingt hier doch besser als in dem, was wir eigentlich wollten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die Fastenzeit so wieder in Stand zu setzen, dass sie eine, dass sie eine Qualität auf Ostern hin hat. Das haben wir versucht, aber ich sage es einmal vorsichtig, ich habe große Fragezeichen, ob dieser Versuch gelungen ist. Dankeschön.